Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hey, wo seid ihr alle? Alles klar, Freunde. Ich habe schon verstanden. Ihr wollt mich reinlegen, nicht wahr? Ihr versucht mir Angst einzujagen. Ja, das macht ihr gar nicht schlecht. Jetzt reicht es aber langsam. Toll, ein Erdwackeln. Das ist das Einzige, was gefehlt hat, um das zum schlimmsten Tag meines Lebens zu machen. Das nehme ich zurück. Ah! 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 Hier geht's. Buh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Buh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Ich komme wieder. Buh-uh-uh-uh-uh-uh. Buh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Oh, du ganz schön schwer für so kleine Wicht. Tut mir leid. Das muss an der Scharfzahnspucke liegen. Ja. Mich nicht wissen, wie lange ich Fliegen noch aushalten kann. Oh, je. Ich bitte dich, du musst durchhalten, Petri, sonst sind wir Dino-Futter. Oh nein, was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, aber es sieht nicht gerade freundlich aus. Wow, Ytri! Guido, mir fix und fertig. Warum du nicht fliegst? Hast du einen Sockenschuss? Ich kann doch nicht fliegen. Wir müssen ihnen helfen. Wir brauchen einen Plan. Hey, wir haben ihn abgeschüttelt. Na super, das war ein toller Plan. Bleib bei mir, Guido. Wir rüberfliegen. Als ob ich eine Wahl hätte. Gar nicht fliegen! Sie geht nicht fliegen. Festhalten! Ah! Los, komm! Darlen! Petri, beeil dich! Guido, du breit den Arme und Füße aus! Schnell! Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber von mir aus... Wir fixen Fuxi! Oh, wir müssen weiter! Die Felsen halten ihn nicht lange auf! Oh, ich, äh... Ah! Oh, Entschuldigung. Ich hab dich mit jemandem verwechselt. Oh!